einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor so die andere form ja ich habe schon umgehung oh ja wie ich jetzt wüsste ich würde ja auch gern den hier anfangen ist es ein killer mit terrorradius oder nicht okay er jagt gerade das ist gut für mich dann auch hier in der tante irgendwas für die drei es ist eine legion ja entschuldige bitte das hat abgebrochen du eule ich mach doch mal keinen stress hier jetzt darfst du weitermachen was auch immer du tun willst du es wirst weg Ach, sie hilft mir gerade? Na ja, da krieg ich wenigstens Aufwandpunkter. Macht ihr mal. Ich vertraue euch. Ich denke mal, Dings will auf alle Fälle schon mal... Ah, die wird gejagt. Ach, die wurde schon runtergold. Bleibt aber nicht bei mir. Ich wollte sie ja auch noch runterholen. Ach, ein kleiner Tunnel. Was auch noch? Okay. Also meine Rundaufgabe habe ich fertig. Das ist okay. Ich bin nicht zufrieden. Wenn ich jetzt wüsste, genau, krabbel mal weg. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin wie nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Auat. Das ist ja nicht so. jetzt rette ich dich ich hätte dich doch erstmal geheilt es ist doch viel wichtiger ich hänge noch gar nicht schenk dir mein medikett nutze es weise da oh Geil! Mano! Ich versuche mal mitzunehmen. Ach, der will mich bloß wieder anpiksen. Das ist doch ekelhaft! Das sind Geräusche. Die hat ja eine Befreiung dabei. Das ist doch ein wenigstensvoller Heilpunkt. Auch okay. Nöööö, der kommt doch schon wieder hierher. Ja. Ja. Das ist doch ein wenigstensvoller Heilpunkt. 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 Was tust du? Das ist doch ein wenigstensvoller Heilpunkt. Das ist doch ein wenigstensvoller Heilpunkt. Das ist doch ein wenigstensvoller Heilpunkt. Was machen die? Na, lass mich in Ruhe. Was ist das denn? Das kenne ich auch. Ich gucke die ganze Zeit, was die machen. Das sind unsere Punkte, lass das. Ich traue dem nicht. Ich traue nie einem Killer. Auch wenn ich dafür draufgehe. Da ist gerade jemand gelaufen. Ach, das ist das Tor. Aber warum macht man sowas? Okay. Okay. Also ich meine, ich hänge ihn noch gar nicht. Ich hätte auch noch hängen können. Ja, okay. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Ich bin aber immer freundlich und sage, GG. Äh, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil... Die Legion hatte uns in der Hand. Sie hätte klar gewonnen. Definitiv. Ja gut, ihr Lieben. Nichtsdestotrotz sage ich jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Survivor. Mal sehen, wie es wird. Bis dahin. Ciao. Ciao.